Musik Jo, und damit wieder herzlich willkommen zurück zu World of Warplanes mit mir Tolkien L.P. und dem lieben Chris L.P. Na, da war Zeit mal wieder, ne? Ja, also dafür möchte ich mich entschuldigen, ich muss ehrlich sagen, auch wenn es nicht schön klingt, ich hatte schlicht keine Lust. Ich habe dich endlich mal wieder dazu gebracht. Ja, nach langen Diskussionen, die sich hauptsächlich auch nein, doch, nein, doch berufe, habe ich mich dann doch als klüger erwiesen und nachgegeben. Na dann. Also kommt alles klar, los geht's. Das große Problem, muss ich jetzt sagen, war... Er hatte keine Lust, weil wir so oft verloren haben. Genau. Klar, das ist scheiße, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber gehört zum Spiel dazu. Aber nicht auf 5, 6, 7, äh, Siege auf 30 Gefechte, ey. Also auf gut Glück, sag ich mal, sind wir jetzt wieder dabei. Mhm. Ich habe auch kein Problem, bisher zumindest nicht damit, dass ihr auch mal irgendwann dazukommt. Letztes Mal hat es leider ein kleines Problem gegeben. Ich habe leider Probleme bekommen und konnte dadurch nicht, äh, das machen. Das tut mir auch sehr leid. Ähm, wir haben halt noch ein bisschen Probleme bei bestimmten Sachen, aber das klappt schon. Ja. Bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das mal hinkriegen. Ja. Mit euch zu spielen. Kann zwar noch ein bisschen dauern, aber, ja. Hä, aber das war eine epische, das war ein episches, äh, Wöhm, ein episches Wortgefecht. Bei uns eben. Ja. Nein, doch, nein, doch, nein, doch, nein, doch. Gerne weiterführen. Ja. Nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay. Jetzt ist es ausgelutscht. Kein Problem. So, ich hoffe, ihr versteht mich auch wieder. Ich habe heute leider keine Testaufnahmen machen können. Leider. Ja. Nach vielen, ja, nein, ja, nein. Ich gebe mir jetzt die Kugel. Ach, warum sind hier Dreier dabei? Mag ich nicht. Wir kriegen das Sinn, oder? Du bist auch so zuversichtlich. Ach ja, und der einzige Grund, der wirklich ausschlaggebend war, dass ich sage, jo. War das Versprechen, dass ich meine neue Karten auslösen darf. bis da war also hat sich doch stellen letztendlich überzeugt werden er sagt er hat die erforderung verlocken er hat die Sache ist die du musst mich erst mal treffen erfinden da aber das ist vielleicht die Treffen ist so schön die wieder seitens Mann wo fliegt nun die Welt genau zuletzt noch darf ich auch mal der Drecksack das ist jetzt erst mal um die Feinde kümmern vielleicht gewinnen wir dann mal ausnahmsweise das wäre dann eine gute Strategie also erst mal so zwei drei Sekunden Scheiße bauen und dann ja es hat immer was mit war mal was anderes wie das einfach ja ich gehe auf die AR A.O. bin ich was ist mir egal wo du bist nrg die Rom du dickes Ding wozu überhebst? Boost kann nicht aktiviert werden was ist denn mit der los? ja ich baller hier treffe überhaupt nix wer hat nur gerade den Dings bekommen ich weiß es nicht er entfernt sich leicht so leicht Hesu zieh es jetzt hoch und schau dich wie war das eben? ja danke bitte hab ich doch gerne gemacht ey das sieht echt heute mal so aus als ob wir gewinnen könnten wir haben ein neues Erfolgsrezept einfach Scheiße bauen kann sein dass der auf mich zukommt kann sein dass der mich ignoriert wenn ja das wäre sehr schön Junge letztes gegnerisches Flugzeug wo ist denn der? oder hast du denn schon gesichtet? ich hab nicht äh du bist fast tot ehrlich weil ich so blöd war und in das Schiff reingerast bin und nur gerade so hochziehen konnte ah da hinten ist er ist mir egal hey du sollst dich mal auf Konkurrenz begeben von mir aber nicht mehr in diesem Gefecht dafür müsstest du ja den letzten Kriegen ne ja Stutzwinkel zu groß naja ich hab so ein komisches Bodenziel ey der kommt auf mich zu hey lol da war ein Baum bist du weg oder was? nein nögen soll man nicht hieß es wir haben gewonnen ich lüge nicht ich verschönere nur Wahrheiten hey da war ein Baum mhm ey und wir haben die Tatsache mal wieder gewonnen seit langem ich glaub's nicht nach unzähliger Zeit wo wir gesagt haben nein ja nein ich ja doch doch nein na und dann haben wir find ich gut ja also es ist schon mal ein guter Beginn heute ja ich glaub wir ziehen heute mehr durch glaub so bist du so weit oder ich hab 348 XP bekommen wow du ich hab einen abgeknallt also es liegt ein bisschen weiter oben he leider ähm weiter nochmal mit denen ups ja hopp ZZ ja ziemlich zügig ich weiß ja wir sind die ZZ-Armee die ziemlich zügige Armee oder ich bin der schnellste von der Firma langsam das weißt du ja da da muss ich dir recht geben es troll lol 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 ja und außerdem wüsst ich gern mal ob ihr von mir auch mehr sehen wollt wenn ja schreibt es unten in die Kommentare morgen habe ich ein bisschen Zeit werde ich allerdings auch morgen etwas machen Leute glaubt mir ich hab ihn real life gesehen ihr wollt nicht mehr von ihm sehen nein lieber nicht von der Realität ich meine noch hehehe 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 morgen werde ich auf jeden Fall ein neues beginnen mal gucken ich hab so zwei, drei im Kopf die ich vielleicht machen möchte die ich beginnen werde leider nicht mit Tolkien LP hehehe er geht fremd ja so bin ich ich bin nur noch nicht ganz sicher wenn ich das eine mache ob das vielleicht so so ein recht langes am Stück wird ach ja ich hab wieder ein neues Thema dass wir in einer richtig schönen nein doch Diskussion ausarten können nein doch nein hehehe 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 war das die, war das das Thema? hehehe hat aber auch gepasst hehehe hehehe war zwar unwurst, aber ja Machen wir wieder scheiße? naja gut hier prägt es nicht scheiße zu machen die müssen wir ja aufpassen ja komm die knacken wir jay das kriegen wir hin hier wir warten aber auf alle ne? ja ja Ausnahme von dem unserem schönen fetten den brauchen wir nämlich nicht warten der macht eh wieder wahrscheinlich was er will ja TSH2 der wird wahrscheinlich wieder auf die Schiffe gehen ja so wie immer wir könnten natürlich drüber rum rum fliegen aber ich glaube nicht dass das so viel Sinn macht die, das Problem ist was ich jetzt hier zum Beispiel häufiger gesehen habe jetzt ist zum Beispiel wieder so ein Dreierteam beim Gegner drin ja die haben noch bessere Sachen mehr Koordination als wir beide als Zweierteam besonders bei so einer kleinen Gruppengröße ist leider so ich weiß nicht wo du Dreier siehst aber egal äh keine Dreierflieger eine Roge mit drei Rotte Rotte mit drei ey der ist direkt bei uns wer der Fette ja das tut mir leid das tut mir leid da konnte ich nicht zu nein das hat dir Spaß gemacht genau genau kannst du auch manchmal nicht wie gesagt ich lüge nicht die von schöneren Oberheiten und der fängt schon an damit weil ich dachte ich dachte gerade echt da ist ähm ein Feind dabei war das nur Dreck auf meinem Monitor kurz gesagt ich glaub ich nein 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 dich erkenne ich gerade noch so jetzt will ich da mal ein Messerflug durchfliegen ich glaube ich hätte sogar quer durchgepasst wo durch die Brücke ja guck mal wo die angreifen wo wir rum eiern ja ich merk's wo fliegst du hin genau auf die drauf zu ey bleib in der Gruppe ist besser ja wenn ihr mal das würde wie letztes Mal ihr wartet überhaupt nicht ja ich warte ich geh auf Nullschub und lande mal leider gibt's hier kein Fahrwerk bei mir meins ist fest ich warte auch Vorsicht Flugabwehrfeuer ich bin da im Top Feindkontakt yes aber nicht nur einer wäre auch zu schön ey nehmen wir uns einen vor welchen willst du haben als erstes hier die E15 die hab ich mir gerade auf die Fresse gegeben Alter war das gerade eng ich glaub wenn man das sich so anguckt das war mit einer der engsten Flüge die wir hier gemacht haben ich dreh kurz ab ja vor allem du hast nur gesehen dass ich äh unter dir durch bin aber ich bin noch ich bin zwischen dir und im feindlichen durch nicht sorry ich hätte ich beinahe erwischt ich häng mich an der jetzt noch ich bin weg schade eigentlich neckel für mich neckel für mich die geht jetzt halt auf die Demons mega du weißt schon dass die dir einen gibt ach der da oben Demon ja die gibt ja auch der hat mich jetzt getroffen ich weiß es nicht irgendein Heckschütze das wäre gut möglich ach das war so ein Schlachtflugzeug ja 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 es wir sind weg also das Spiel geht wirklich toll weiter hey komm wir haben das erste gewonnen ne ich bin auch noch mal die wehe ich hätte es jetzt geil gefunden wenn der Heckschütze den auch geholt hätte da eh das wäre lustig geworden ja hätte was ja gut bist du auch schon wieder im Hangar? aaaaaaah ich bin so heiß wie ein Vulkan aaaaaaah ich verbrenne mich daran hey hey ähm bist du wieder im Hangar? nein ich lade noch lade noch oh jetzt bin ich wieder da na komm ein Gefecht geht noch mit dem gleichen ok warte mal ich muss erstmal was gucken ja ein Gefecht noch ok tschuh mhm 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 also ich denke mal ich werde diesen ich werde mhm Moment, Moment, ich hab grad Denkfehler, so Denkpause Ja Stilles Denken Ja, also ich denke mal Ich werd so diese riskanten Flugszenen, die wir so In den Spielen So mal drin haben Werde ich mal so rausschneiden, genau Um manche sogar versuchen In Zeitraffer zu setzen Allein schon Diese eine, was wir eben gemacht haben Das sah an Zeitraffer richtig nice aus Also sehr, bestimmt richtig nice aus Weißt du, dein Fahrwerk ist so gerade Über meine Tragfläche drüber und dann ist Da drunter noch der andere hochgezogen Von den Feinden, der dir am Arsch hing Super Das sah geil aus Ich hab kein Fahrwerk ausgefahren, das weißt du Oh, halt deine Tragfläche Achso, Tragfläche und Fahrwerk ist was anderes Achso, und schon wieder diese lange Balladen, bitte ich um Heute hat's wieder was Ja Ich bin so heiß, wie ein Vulkan Ich verbrenne mich da Oh Mann Hätten wir fünfmal wäre das jetzt richtig lustig Da gibt's nämlich ganz wenige heute online Muss ich ganz ehrlich sagen Ja, und jetzt sind sie wieder online Jetzt sind die sechs so wenig Oh, wir müssten Zehner haben Ja, das sind ganz wenige Ey, das wäre echt mal nice Wenn wir so Zehner haben So wie in einer Rotte Ja, ja Das fände ich halt ganz cool, aber Dazu müsste ich wieder Lust haben, das Spiel zu spielen Genau Wenn du wieder Lust hast, dann kommen wir mit Sicherheit auch wieder schneller nach oben Ich denke, das sehen alle so Also wenn ihr das so seht Daumen hoch unter dem Video Fände ich cool Und wenn euch bisher alles, was ihr gemacht habt, scheißgefallen hat Daumen runter Und wenn alles gut war Nee, die brauchen nicht unbedingt Daumen runter Einfach nur Was wir verbessern können Ja, oder wenn euch allgemein nicht gefallen hat, dann guckt einfach nicht Ja, oder so Weißt du, was mir eigentlich in letzter Zeit extrem oft aufgefallen ist? Nein, aber du wirst es mir bestimmt nicht sagen Ja Ja, dass ich teilweise bei dir besser zu hören bin als bei mir eigen Okay Also ich denke mal umgedreht wird es genauso sein, gell? Und dich hört man bei mir immer sehr gut, komischerweise Aber ich weiß nicht, ob man sich bei, ich würde fast sagen, bei dir ist es wirklich ausgewogen, bei mir nicht, warum auch immer Ja gut, vielleicht liegt das auch an dem Programm, dass ich benutze Ja Wir benutzen ja unterschiedliche Programme Ja, und ich werde immer noch nicht sagen, wenn ich es benutze, na ha 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 Das ist mir auch relativ schnappig, ich bin mit meinem zufrieden Also erstmal wieder Scheiße bauen, wenn man das Gefecht geil wird Naja, wie viel brauchst du eigentlich noch bis zum Dreier? Bei dem hier Alter, hast du mich schon wieder fast getroffen? Nein Nein Nein, du fliegst mir nur hinterher, aber Eigentlich so gut wie So So, jetzt haben wir heute Blödsinn gemacht, sind schön hinten So Jetzt können wir uns wieder auf den Ernst konzentrieren Wo ist der Ernst? Äh, nicht bei mir Ernst, wo bist du? Genauso wie das Niveau, das haben wir auch schon begraben Lass mich den, lass mich den nicht für den haben, ich will haben, ich will haben, ich will haben, haben will Ja, ich schieße nur mal grad, älter, ich hab schon wieder so locker Hast du? Nein Ich habe auch nicht Ich geh auf den Goldfisch, ach ne, ich wollt grad sagen, Goldfisch Ich geh auf den I Der da so weit weg ist Ich wollt grad sagen, ich geh auf den Goldfisch Ziel getroffen Ich hab ihn Bist du noch? Ich hab den Goldfisch komplett alleine runtergeschossen Ja, den hab ich jetzt auch gerade alleine runtergeschossen Wo bist denn du gerade? Über dir Ich bin auf knapp 500 Meter Ich seh dich grad nicht Da Ich geh auf den S2F Dann lass uns mal hochgehen Äh, beziehungsweise lass uns mal Wir können heute echt Glück haben Du hast deinen Verbündeten getroffen Ja, den Feind treff ich nicht, aber Verbündete Lass mich den Ich hab ihn nicht Ich auch nicht Ich bin aber grad schon hinter dir Yay Was? Was? Siehst du das, was ich sehe? Nur noch drei und wir haben massig Und die zwei Lunden sind auch fast weg Ja, das seh ich auch Alter, irgendjemand hätte mich hier grad fast gerammt, ey Wo ist das letzte Flugzeug von denen? Da Achtung, Sektor 2E Scheiße, mein Motor ist überhitzt Meine auch Drei Dwo Eins Und Siehst du den schon? Nö Ich hab, ich hab, äh, halt nur mal so Für mich untergeklärt, hätte sein können Sehr cool gewesen Wer schießt denn da? Ich aber weit unter dich Unter mich? Ja, ich hab unter dir geschossen Was ist der denn? Der hat nur zwei Möglichkeiten auszubüchsen Der hat nur zwei Möglichkeiten auszubüchsen Entweder in die Richtung, die du gerade fliegst Oder in die, die ich fliege Oder noch mal eine Das könnte allerdings aus dem seine Vorstellung sein Goldfisch Goldfisch Hast du? Nee, ich hab'n nicht Ach, du hast grad geguckt, was das für ein ist Ja Das geht ja mit einer schönen Taste Jetzt kommt's LOL Was? Der Typ hat geschrieben LOL Weil, der hat sich dasselbe gedacht wie wir auch Äh, wo ist der hin? Der ist hier hinten hin Sonst hätten die anderen den schon Ich bin hinter dir Bleib auch hinter mir Ja, nur wo ist der Dab? Ich flieg da jetzt nicht wegen dem einen Typen hier die ganze Zeit ab Aber guck mal, wie verstreut wir die Karte durch Cam Eigentlich, das einzige was sie nicht durchsucht haben ist bei M Ist hier Aber das ist Das ist der einzige Sektor, den wir nicht durch gekreuzt haben Aber, äh Wo ist er? Da ist er Wir haben ihn gleich Auch wenn ich ihn nicht abknalle Der ist gleich durch Ich bin noch zu weit weg Wir haben gewonnen Ja ich auch Ich gewonnen Wir waren eh Yay Party Zwei von drei, hallo das steigert unser Potential hier Ja, so viel Kills hat man... so viel Kills So viel Kills hat man wir glaub ich zumal aber So viel Siege in einem Law der Players das war knapp ja ich würde fast sagen wir treten jetzt ab und tschüss tschüss und wir sehen uns dann so schnell wie möglich wieder ja ich würde sagen ich muss immer noch lernen was soll das ist das Problem auch so genau sagt das doch so er hat das gesehen ciao